Eine Reparatur an der Oberleitung zwischen Frankfurt am Main Flughafen Regionalbahnhof und Kesterbach verzögert den Bahnverkehr. Daher kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen. Die Züge werden zwischen Frankfurt am Main Stadion und Braunheim in beide Richtungen mit Halt in Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof umgleitet. Die Züge halten nicht in Frankfurt am Main Gateway Gardens, Frankfurt am Main Flughafen Regionalbahnhof und Kesterbach. Unsere Empfehlung, nutzen Sie die Buslinie X17 zwischen Frankfurt am Main Gateway Gardens und Frankfurt Flughafen Terminal 1 Frankfurt am Main, sowie die Buslinien Zonen 72 und 73 zwischen Flughafen Frankfurt Terminal 1 Frankfurt am Main und Bahnhof Kesterbach. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt Ihres Zuges noch einmal. Wir aktualisieren diese Meldung, sobald uns weitere Informationen vorliegen. Grund dafür ist auch die Reparatur an der Oberleitung auf der Strecke Frankfurt am Main Hauptbahnhof Tief, Wiesbaden Hauptbahnhof zwischen Frankfurt Main Flughafen Regionalbahnhof und Kesterbach. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen in beiden Richtungen im S-Bahn Verkehr der Deutschen Bahn. Wir bitten Sie ein Mönchlich-Koch. Wir bitten Sie ein Mönchlich-Koch. días der Schatten auch. Ihr steht tief, dass wir noch andén sind um bei einem Bericht innen. expanding das ist zur Ebene.